Rentenerhöhung 2024, Tag der Bekanntmachung steht fest. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Meine Damen und Herren, gute Nachrichten. Zum 1.7.2024 soll es ja eine Rentenerhöhung geben und wie immer die Fieberkurpe steigt. Wir wissen ja so ungefähr Mitte, Ende März 2024 kommt ja dann die hoffentlich erlösende Nachricht, wie hoch die Rentenerhöhung ausfällt. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat jetzt am 4.2.2024 bekannt gegeben, dass die Bekanntmachung über die effektiven Zahlen, also das, was wirklich dann an Rentenerhöhung rauskommt, Ende März 2024 dann durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales auch sozusagen fast verbindlich bekannt begeben wird. Das kennen Sie alles. Danach, nach dieser Bekanntgabe, gibt es ja dann noch die sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung. Da wird das alles in Gesetzesform gegossen und dann geht es zum 1.7.2024 los. Meine Damen und Herren, warum der Ende März? Ganz klar, das Statistische Bundesamt muss im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Entwicklung der Bruttolöhne 2023 im Vergleich zu 2022 feststellen und dann die Daten der Rentenversicherung übergeben. Vorher wird das nichts. Und dann rechnen die und rechnen und rechnen und geben die Zahlen dem Bundesminister und der Bundesminister verkündet dann hoffentlich eine gute Nachricht. Ob wir 3,5, 5, 6, 7, 8 oder mehr Prozent Rentenerhöhung bekommen, ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich bin auch extrem gespannt, was dieses Jahr dabei rauskommt. Ich weiß nur eins, 2023 war eigentlich schon fast das Rekordjahr der Lohnsteigerung in den letzten 20 Jahren. So hat es zumindest auch der Statist, letzten Endes, also das Bundesamt für Statistik abgebildet. Ja, wollen wir mal warten. Ende März 2024 ist der offiziell verkündete Termin, Startschuss für die Rentenerhöhung, also für die Bekanntgabe der Zahlen der neuen Rentenwerte. Und dann können wir uns entweder freuen oder wir ärgern uns. Näheres zu diesem Thema finden wir wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reine, die wir hier in der Nähe, die wir hier in der Nähe,